er hat gradzimmer gegen kleinere gegierte oh ich wollte kontern aber hab den konter verhauen den konter schon wieder verhauen oh er macht ein guard break ja noch ein fünfmal auskriechen endlich 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 jetzt haben wir genau das problem des eins gegen drei jetzt habe ich genau das problem des eins gegen drei dass sie sich dauerhaft wiederbeleben können nicht jetzt Ich hab ihn so geworfen. Oh mein Gott.